Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler Guterjungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Erich, D.J. Braskovitsch. Kärlein,生きていたのか? まあ、こんな有様だけどね。脊椎が粉々に砕けたの。あんたは? 頭部損傷、硫酸弾の破片が土玉の中に残ってる。 血腸切断、排血性ショック、骨盤粉砕。 記憶喪失にフラッシュバック、施設に14年。 よく戻ってきたね。 友よ、どうしよう。これを見て。 ナチスは我々の秘密を盗んだ 戦争に利用したんだよ 奴らの功績は全てその知識を活用した成果だ ナチスは征服したと思っている もはや私たちに 抵抗する力はないと 事実は異なる 我々に貸す Braskovitsch. Sie haben lange lange kämpft. Ich möchte dich und immer. Man ist endlich verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. Was hast du gemacht? Ich habe mich nicht mehr so gemacht. Was hast du denn gemacht? Sohren und Haka, das ist immer noch so. Sohren und Haka, das ist immer noch so. Das Haus in Neu-Berlin Das Haus haben Großmann Wo gibt es denn, Braskowitschi? Das ist so, was wir haben. Meine Mutter war eine Schneiderin Verkauft diese Uniform Braskowitschi, Giokyo? Wir sind in dem Glück Deine Gebrühe